Das GND-Diagramm ist ein Projektmanagement-Werkzeug, das die Zeitplanung und das Management unterstützt, indem es einen klaren Überblick über die zu erledigenden Aufgaben gibt. In dieser Folie können Sie sehen, wie das GND-Diagramm aussieht. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie die monatlichen Aufgaben organisiert sind. Jede Aufgabe hat eine begrenzte Zeitspanne, in der sie erledigt werden muss. Man sieht deutlich das Start- und das Enddatum sowie welche Aufgaben gleichzeitig zu erledigen sind. Das GND-Diagramm ist ein Projektmanagement-Werkzeug.